Drohnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ob im Zustellbereich oder sogar als Flugtaxi, die theoretischen Einsatzmöglichkeiten scheinen unbegrenzt. Auf dem Weg dorthin sind zwar noch viele technische wie rechtliche Hüden zu überwinden, jedoch sagt man Drohnen eine große Zukunft voraus. Die Steuerung von Drohnen erfolgt ähnlich wie bei einem Helikopter über meist vier gegenläufig zueinanderdrehende Rotoren. Je nachdem wie stark die einzelnen Rotoren sich drehen, bewegt sich die Drohne entsprechend nach oben, nach unten, seitlich bzw. in Kombination dieser Richtungen. Um Bewegungen im dreidimensionalen Raum darzustellen bzw. zu berechnen, können Vektoren verwendet werden. Vektoren sind allgemein gesagt gerichtete Größen und kommen nicht nur in der Mathematik, sondern auch zum Beispiel in der Physik sehr häufig vor. So werden sie beispielsweise für die Beschreibung von Geschwindigkeiten, Kräften oder für die Richtung eines Temperatureinstiegs verwendet. Wir betrachten den Weg einer Drohne von einem Ausgangspunkt A zu einem Endpunkt E im dreidimensionalen Raum R3. Diesen Weg kennzeichnen wir mit einem Pfeil von A zu E und nennen ihn Vektor v. Da wir uns im dreidimensionalen Raum befinden, wird jeder Punkt des Raumes eindeutig durch drei Koordinaten beschrieben. Diese Koordinatentrippel nennt man auch Ortsvektoren und anstelle von Koordinaten sagt man auch Komponenten des Vektors. Natürlich benötigen wir auch noch ein fixes Bezugssystem, auf das sich die Komponenten der Vektoren beziehen. Denn was hilft es uns zu wissen, wie weit die Bewegung der Drohne in die x, die y und die z-Richtung zu erfolgen hat, wenn wir nicht wissen, von wo aus die Bewegung beginnen soll. Dieses Bezugssystem wird auch Koordinatensystem genannt und enthält im dreidimensionalen Raum die drei Achsen, die zueinander im rechten Winkel stehen. Betrachten wir nun also den Ortsvektor in so einem Bezugssystem. Die erste Komponente des Vektors klein a, also a1, wird in x-Richtung aufgetragen, die zweite Komponente a2 in y-Richtung und die dritte Komponente in z-Richtung. Schließlich können wir den Vektor klein a einzeichnen. Für den Punkt e verfahren wir analog. Verbinden wir nun Punkt a und e, so erhalten wir wieder den Vektor w. Übrigens, bei der grafischen Darstellung von Funktionen haben wir ein zweidimensionales Koordinatensystem mit einer x- und einer y-Achse. Vektoren werden grafisch also immer mit Vektorkomponenten in Bezug auf ein Koordinatensystem dargestellt. Wie kann man den Vektor w nun aber berechnen? Sehen wir uns zunächst an, wie Vektoren noch angeschrieben werden können. Die Schreibweise von Vektoren im dreidimensionalen Raum erfolgt üblicherweise in der sogenannten Komponentenschreibweise, also mit den Komponenten übereinander angeschrieben und das Gesamte in Klammern. Ob in runden oder eckigen Klammern spielt soweit mal keine Rolle. Vektoren in dieser Schreibweise werden auch als Spaltenvektoren bezeichnet. Es ist üblich, wie im vorigen Beispiel einen Kleinbuchstaben mit einem kleinen Pfeil darüber zu verwenden, um den gesamten Vektor zu benennen. Man weiß damit sofort, dass es sich um einen Vektor handelt und nicht etwa um eine einfache Zahl. Ein Beispiel mit Zahlen würde nun so aussehen. Der Vektor A sei mit den Komponenten x gleich 4, y gleich 7 und z gleich 3 gegeben, wobei die Komponenten des Vektors A Elemente des reellen Zahlenraumes sind. Wir erinnern uns an die Schreibweise aus einem der vorhergehenden Komponentenmodule. Der dreidimensionale Raum ist die Menge aller Spaltenvektoren mit drei Einträgen x, y und z. Für die gilt, dass x, y und z reelle Zahlen sind. Was kann man nun alles mit Vektoren berechnen? Grundsätzlich können mit Vektoren im dreidimensionalen Raum zum Beispiel die Grundrechenarten durchgeführt werden. Elemente im R3 können also miteinander addiert werden. Dazu werden die entsprechenden Komponenten miteinander addiert. Gegeben sind zwei Vektoren im R3, sagen wir Vektor A und Vektor B, mit A gleich x1, y1, z1 und B gleich x2, y2, z2. Die Addition der beiden Vektoren, also A plus B, sieht dann so aus. x1 plus x2, y1 plus y2 und z1 plus z2. Ein Beispiel mit Zahlen könnte dann so aussehen. A gleich 4, 7, 3 und B gleich 1, 2 und 3. Demnach wäre die Addition der beiden Vektoren wie folgt. 4 plus 1, 7 plus 2 und 3 plus 3, also 5, 9 und 6. Wollte man diese Addition der beiden Vektoren grafisch im dreidimensionalen Koordinatensystem zeigen, so wird am Ende des Vektors A der Vektor B mit dessen Koordinaten hinzugefügt. Dies sieht dann so aus. Von Punkt 4, 7, 3 wird ein Schritt in die x-Achse, 2 in die y-Achse und 3 in die z-Achse hinzugefügt. Liest man die Komponenten des gesamten Vektors vom Mittelpunkt des Koordinatensystems nun ab, so erhält man die Werte x gleich 5, y gleich 9 und z gleich 6. Ebenso funktioniert auch die Subtraktion von Vektoren. Wiederum werden einfach die zusammen passenden Komponenten voneinander abgezogen, also x1 minus x2, y1 minus y2 und z1 minus z2. Mit den Zahlen von vorhin ergibt dies 4-1, 7-2 und 3-3, also 3, 5, 0 für die Komponenten des Lösungsvektors. Man kann einen Vektor auch mit einem Skalar, also einer reellen Zahl multiplizieren. Auch dies geschieht komponentenweise. Also zum Beispiel alpha mal x, y, z, wobei alpha hier für das Skalar steht. So erhalten wir alpha x, alpha y und alpha z. Mit den Zahlen des Vektors 4-7-3 und alpha ist gleich 2, erhalten wir also 2 mal 4-7-3, also 8-14-6. Auf unsere Drohne angewandt bedeutet dies zum Beispiel, wenn die Drohne an den Punkt B4-7-3 im Raum fliegen soll, so starten wir zunächst am Koordinatenursprung, also am Punkt A mit den Koordinaten 0, 0, 0. Um zum gemünschten Punkt zu kommen, fehlen in Richtung der x-Achse vier Schritte, in der y-Achse 7 und in der z-Achse drei Schritte. Mithilfe der Rotoren kann die Drohne zum Punkt 1, 0, 0 manövriert werden. Wenn wir diese Bewegung alpha mal hintereinander ausführen, befindet sich die Drohne an der Stelle alpha mal 1, alpha mal 0 und alpha mal 0, also bei alpha 0, 0. Es hat somit eine Bewegung in Richtung der x-Achse stattgefunden. Ebenso kann die Drohne mit den Rotoren zum Punkt 0, 1, 0 manövriert werden. Wenn wir dieses Manöver beta mal hintereinander ausführen, befindet sich die Drohne folglich an der Stelle 0, beta 0. Dies entspricht einer Bewegung entlang der y-Achse. Und genauso kann die Drohne auch eine Bewegung entlang der z-Achse ausführen, indem die Rotoren zum Punkt 0, 0, 1 manövrieren. Wenn dieses Manöver gamma mal hintereinander ausgeführt wird, befindet sich die Drohne an der Stelle 0, 0, gamma. Werden nun alle drei Manöver hintereinander ausgeführt, dann müssen die entsprechenden Vektoren addiert werden. Also alpha mal 1, 0, 0, 0, plus beta mal 0, 1, 0, plus gamma mal 0, 0, 1, ist gleich alpha 0, 0, plus beta 0, plus 0, 0, gamma, ist gleich alpha beta gamma. Wählen wir jetzt alpha gleich 4, beta gleich 7 und gamma gleich 3, so erhalten wir den Punkt, an dem sich die Drohne letztlich befinden soll. So können theoretisch alle Punkte im Raum von der Drohne erreicht werden. Je nachdem, welche Werte für alpha, beta und gamma eingesetzt werden. Theoretisch ja, solange die Vektoren voneinander linear unabhängig sind. Im Gegensatz dazu steht, wenn einer der Vektoren durch die anderen beiden dargestellt bzw. berechnet wird, so ist dieser dritte Vektor faktisch abhängig von den beiden anderen. Ein Vektor kann also durch die beiden anderen ersetzt werden und ist damit selbst eigentlich überflüssig. Auf unsere Drohne bezogen, würde dies bedeuten, dass sie nur mehr in zwei Richtungen fliegen könnte, z.B. in Richtung der X- und Y-Achse, nicht aber in Richtung der Z-Achse. Dies könnte bei verstellten oder defekten Rotoren theoretisch durchaus geschehen. Jeder versucht, die Drohne mit den defekten Rotoren in die Z-Achse zu bewegen, würde nur eine Bewegung in der X- bzw. Y-Achse zur Folge haben. Mathematisch ausgedrückt verhält es sich mit der linearen Abhängigkeit wie folgt. Drei Vektoren V1, V2 und V3 aus dem dreidimensionalen Raum heißen linear abhängig, wenn reelle Zahlen Lambda1, Lambda2 und Lambda3 existieren, von denen mindestens eine Zahl ungleich Null ist, sodass gilt, Lambda1 mal V1 plus Lambda2 mal V2 plus Lambda3 mal V3 ist gleich Null. Mit Lambda1 ungleich Null oder Lambda2 ungleich Null oder Lambda3 ungleich Null. Mit Null ist hier übrigens der Nullvektor 0, 0, 0 gemeint. Der Nullvektor ist nichts anderes als die Zahl Null auf Vektoren umgemünzt. Mit dem Nullvektor kann man ebenso mathematische Operationen durchführen, wie mit der Zahl Null. Also zum Beispiel Vektor A sei 1, 3, 5 plus den Nullvektor 0, 0, 0 ergibt den Vektor 1, 3, 5. Im Koordinatensystem ist der Nullvektor genau im Mittelpunkt desselben, da die Komponenten in Richtung jeder Achse den Wert Null haben. Dies scheint an dieser Stelle noch etwas überflüssig und trivial zu sein, wird aber in Folge noch an Bedeutung gewinnen. Nun aber wieder zurück zur linearen Abhängigkeit. Lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit sind mathematische Konzepte, die beim Rechnen von Vektoren wichtig sind. Man kann sie für Vektorräume beliebiger Dimensionen definieren, sogar für unendlich dimensionale Vektorräume. Für unseren Fall genügt es aber, wenn wir nur den dreidimensionalen Vektorraum betrachten. Das Gegenteil von linearabhängig heißt linearunabhängig. Drei Vektoren V1, V2 und V3 aus dem R3, also dem dreidimensionalen Raum, heißen linearunabhängig. Wenn für reelle Zahlen Lambda1, Lambda2 und Lambda3 gilt, dass aus Lambda1 mal V1 plus Lambda2 mal V2 plus Lambda3 mal V3 ist gleich 0. Daraus folgt, dass Lambda1 gleich 0, Lambda2 gleich 0 und Lambda3 gleich 0 ist. Bei der linearen Abhängigkeit hingegen muss mindestens eine der reellen Zahlen Lambda1 oder Lambda2 oder Lambda3 ungleich 0 sein. Diese Begriffe sind anfangs etwas schwer verdaulich, deswegen sollten wir uns ein paar Beispiele ansehen. Die Behauptung lautet, dass die Vektoren V1 gleich 1, 0, 0, V2 gleich 0, 1, 0 und V3 gleich 1, 1, 0 voneinander linearabhängig sind. Wir suchen also reelle Zahlen Lambda1, Lambda2 und Lambda3, sodass Lambda1 mal 1, 0, 0 plus Lambda2 mal 0, 1, 0 plus Lambda3 mal 1, 1, 0 gleich dem Nullvektor 0, 0, 0 gilt. Wir haben bei der Definition der linearen Abhängigkeit gefordert, dass von den Zahlen Lambda1, Lambda2 und Lambda3 mindestens eine ungleich 0 ist. Zuerst einmal können wir die Gleichung noch etwas kompakter schreiben. Dazu erinnern wir uns daran, wie wir einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren. Wir erhalten die Summe der Vektoren Lambda1, 0, 0 plus 0, Lambda2, 0 plus Lambda3, Lambda3, 0 ist gleich der Nullvektor. Mithilfe der Vektoraddition können wir dies weiter vereinfachen zu Lambda1 plus Lambda3, Lambda2 plus Lambda3 plus 0 ist gleich der Nullvektor. Damit diese Gleichung gilt, muss einerseits die erste Komponente Lambda1 plus Lambda3 und ebenso die zweite Komponente Lambda2 plus Lambda3 gleich 0 sein. Aus der ersten Komponente folgt, dass Lambda1 gleich minus Lambda3 und aus der zweiten Komponente folgt, dass Lambda2 ebenso gleich minus Lambda3 sein muss. Wir können jetzt für Lambda3 eine reelle Zahl einsetzen, beispielsweise Lambda3 gleich minus 1 und erhalten dann Lambda1 gleich 1 und Lambda2 ebenfalls gleich 1. Rechnen wir die Vektorengleichung nun mit der Vektoraddition aus, so erhalten wir 1 plus minus 1, ist gleich 0,000. Also 0, 0, 0 ist gleich 0, 0, 0, 0, was mathematisch korrekt ist. Somit stimmt die anfängliche Behauptung, dass die drei Vektoren 1, 0, 0, 0 und 1, 1, 0 linear voneinander abhängig sind. Wir hätten anstelle von Lambda3 gleich minus 1 auch irgendetwas anderes wählen können. Dies spielt letztlich aber keine Rolle. Wichtig ist nur, dass zumindest einer der Koeffizienten, also λ1, λ2 oder λ3 ungleich 0 ist. Wir können lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit auch noch auf anderem Weg beschreiben bzw. erklären. Wir nehmen wieder an, dass die Vektoren v1, v2 und v3 voneinander linear abhängig seien und damit laut Definition linearer Abhängigkeit zumindest eine der reellen Zahlen λ1, λ2 oder λ3 ungleich 0 ist. Wir nehmen weiters wieder an, dass diese eine Zahl erneut λ3 ist. Wenn es nicht λ3 ist, sondern λ1 oder λ2 wäre, funktioniert das Argument genauso. Nun setzen wir für λ3 keine reelle Zahl ein, sondern lösen die Gleichung allgemein, indem wir die Gleichung durch λ3 dividieren. Wir erinnern uns aus den Modulgleichungen, dass alle Teile einer Gleichung einzeln durch den Wert dividiert werden. Der Wert ist in diesem Fall λ3 und wir erhalten λ1 durch λ3 mal v1 plus λ2 durch λ3 mal v2 plus v3 ist 0. Bringen wir nun v3 auf eine Seite und so erhalten wir. V3 ist –λ1 durch λ3 mal v1 plus –λ2 durch λ3 mal v2. Das heißt, der Vektor v3 lässt sich aus den Vektoren v1 und v2 kombinieren. Um dies besser zu verdeutlichen, können wir die Brüche noch vereinfacht darstellen, indem wir die reellen Zahlen α und β wie folgt definieren. α sei der erste Bruch, also –λ1 durch λ3 und β sei der zweite Bruch, also –λ2 durch λ3. α und β in die Gleichung eingesetzt, ergibt somit v3 ist gleich α mal v1 plus β mal v2. Bezogen auf unsere Drohne bedeutet dies, alle Richtungsänderungen, die mit den zu v3 gehörigen verrutschten Rotoren gemacht werden können, können auch mit den Rotoren, die zu den Vektoren v1 und v2 gehören ausgeführt werden. Die Rotoren, die zu v3 gehören, sind also überflüssig. Da die Drohne sich aber in einem dreidimensionalen Raum befindet, werden auch alle drei Rotoren benötigt, um sich in alle drei verschiedene Richtungen bewegen zu können. Durch das Verrutschen des Rotors 3, mathematisch ausgedrückt durch die Abhängigkeit des Rotors 3 von den Rotoren 1 und 2, kann die Drohne nur mehr in zwei unterschiedliche Richtungen gesteuert werden. Das heißt, eine Richtung fehlt. Damit bleibt ein Großteil des Raumes für die Drohne unerreichbar. Alle Punkte, die die Drohne somit noch erreichen kann, werden mit den Rotoren für die Vektoren 1,0 und 0,1,0 erreicht. Das sind folglich alle Punkte der Form α mal 1,0,0 plus β mal 0,1,0 ist gleich α, β,0, wobei α und β Elemente der generellen Zahlen sein müssen. Offensichtlich ist die dritte Komponente immer 0. Darin ändert sich auch nichts, wenn wir den dritten abhängigen Vektor hinzunehmen würden. Also zum Beispiel α mal 1,0,0 plus β mal 0,1,0 plus γ mal 1,1,0 ergibt α plus γ,β plus γ,0. Um also in einem dreidimensionalen Raum alle Punkte erreichen zu können, müssen alle drei Vektoren linear unabhängig sein. Ja, und in einem vierdimensionalen Raum müssen alle vier Vektoren linear unabhängig sein. Und so weiter und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte.